hallo liebe freaks von espresso tv ich berichte jetzt mache jetzt so einige videos von der host 20 23 und wir sind praktisch donnerstag schon losgefahren weil donnerstagabend war ein event von mahlkönig und zwar wurde da der nachfolger der ek 43 vorgestellt ek 43 und zwar die mahlkönig omnia i'm now doing the small intro of the host exhibition in milan where we've been during the weekend we started already thursday because first evening was the introduction of the mahlkönig a successor of the ek 43 called omnia okay and there i also did a super cool video together with anska the r d master of disaster and i think you will like it it was quite spectacular okay show we wanted to build something new and i must say i couldn't be more proud um to show you the result and to show you the next chapter of ek so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, yeah!